Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Es freut mich außerordentlich, dass ich endlich mal wieder ein Video machen kann. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dennis und ihr schaut DEPFLEKA Fotografie. Und ihr seht schon, ich habe da hinten ein bisschen was vor. Wie ich es aufgebaut habe, seht ihr gleich nachher nach dem Intro. Und ja, wie gesagt, ich möchte im Moment das Hochwasser ein bisschen festhalten. Wir haben ja am Bodensee ein bisschen Hochwasser und ja, dann muss man die Chance natürlich auch nutzen. Auch wenn ich damit niemandem auf die Füße treten möchte, der im Hochwasser sein Hab und Gut verloren hat. Das will ich natürlich nicht, sondern ich möchte einfach nur für mich die Chance nutzen, das Hochwasser ein bisschen in Szene zu setzen. Der Bodensee hat momentan 4,92 Meter Wasserstand, aktuell heute. Und historisches Hoch, 10-jähriges Hochwasser wäre dann bei 5,12 Meter. Aber 4,92 Meter ist auch schon ziemlich hoch. Also von dem her, ja, warum bin ich die letzten Wochen nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Bei mir war ziemlich viel los. Familie, Umbaumaßnahmen standen an. Ich habe ein neues Büro und auch YouTube-Zimmer gebaut. Dann mein Sohn hat ein neues Zimmer gekriegt. Dann, wie schon angesprochen, kam ein neues Familienmitglied zu uns in die Familie. Der hat natürlich im Moment ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann war es noch die ein oder andere Projekt, wo ich so noch umsetzen musste. Letztes Wochenende war ich im Hochwasser gefordert. Und für den, der es nicht weiß, ich bin auch bei der Feuerwehr und habe von daher da meine Hilfe und meine körperliche und geistige Kraft in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen am besten an. Wir gehen ans Werk und sehen uns nach dem Intro wieder. Sonnenuntergang bei Hochwasser mit Stuhl und Tisch im See. Sonnenuntergang bei Hochwasser mit Stuhl und Tisch im See. Nachdem ihr gesehen habt, wie ich es aufgebaut habe, stehe ich jetzt hier rechts vom Baum, fotografiere jetzt mit dem Verlauffilter und dem ND64. Der Sonnenuntergang geht zwar da hinten unter, aber momentan haben wir hier alles rot angemalt am Himmel. Das will ich natürlich mitnehmen. Ich habe mir vorhin noch überlegt, ich habe hier eine Dose am Ufer gefunden. Die habe ich doch gleich mal geschnappt und habe eine Vase draus gebaut. Und zwei Radler habe ich auch noch dabei. Ich werde sie nicht beide trinken, keine Sorge, bin kein Alkoholiker. Noch nicht. Kann ja noch kommen. Genau, ich habe da zwei Radler hingestellt. Die nehme ich natürlich auch noch mit drauf als kleines Accessoire. Aber ich nehme euch am besten mal mit aufs Display, damit ihr seht, was man hier macht. So, wir sind auf dem Display. Ich habe gerade erzählt, dass ich meinen ND64 noch drauf habe. Den habe ich jetzt aber weggemacht und bin dafür wieder auf eine Blende von 18 ISO 100. Ihr seht jetzt hier oben, hier wird gerade der Himmel noch ein bisschen rot angemalt. Hier sind schöne Wolken. Deswegen belichten wir jetzt natürlich mit 30 Sekunden und ISO 100 im natürlichen Modus. Der Weißabgleich ist momentan auf Sonnenschein eingestellt und Brennweite haben wir jetzt 17 Millimeter. Und dann drücken wir doch mal durch und gucken, wie es wird. Es sieht doch schon mal sehr, sehr geil aus mit den Stühlen im Wasser. Natürlich haben wir den Polfilter auch drauf, der Polfilter, dass man ins Wasser reingucken kann, dass man unten schön auch die Stuhlbeine sieht und an den Stuhlbeinen schön ins Wasser reinsehen kann. Ihr seht da vorne noch die Kante, die Steinkante. Normalerweise steht nämlich das Wasser am Bodensee weit noch bis vor der Steinkante. Und genau das verleiht dem Ganzen jetzt gerade die richtige Stimmung. Ich würde sagen, dieses Bild, das haben wir. Und wir wechseln die Perspektive, gehen auf die andere Seite, denn wir machen jetzt noch da drüben Richtung Sonnenuntergang nochmal das ein oder andere Bild. Und wir machen jetzt noch das ein oder andere Bild. Ja, zugegeben, ich habe mir dieses Bild hier auch neulich auf Facebook geschrieben. Ich habe mir also da Inspiration geholt und das hat nämlich drüben einer in Arborn am Hafen in der Nähe gemacht. Und der hat hier auch so Stühle im Wasser stehen gehabt. Und das fand ich so geil, dass ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch was. Darüber mache ich doch heute mal ein Video. Mein erstes Video nach vier Wochen. Ich bin wieder da. Ich gehe euch wieder auf den Sack. Ich nerve euch wieder. Ihr könnt wieder Kommentare schreiben, wie zum Beispiel, wäre mir viel zu viel Aufwand, da die Stühle ins Wasser zu stellen oder sonst irgendwas. Jedem das seine, Leute. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich lasse mir halt gerne was einfallen, mache das dann gerne so und habe dann meinen Spaß dabei, mich da ein bisschen zu verwirklichen. Oh, da bringen sich gerade welche um. Ja, habe dann meinen Spaß dabei, verwirkliche mich da gerne und bastel da ein bisschen rum und habe da einfach Bock drauf. Also, ihr müsst es nicht nachmachen, ihr müsst es nicht nachmachen, ihr könnt es nachmachen. So was bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde immer, Fotografien muss einem Spaß machen und man sollte das tun, was einem Spaß macht und natürlich auch dann solche Bilder machen können, wenn man Lust drauf hat. Klar kann man das mit Photoshop alles reinarbeiten heutzutage. Ich bin lieber der Fotograf. Ich stelle es so in Szene und habe da meinen Spaß dran. Aber andere Seite, wir gehen wieder aufs Display und ihr bleibt weiter dran. Hoffentlich, natürlich. So, wieder auf dem Display. Wir fotografieren immer noch mit 17 mm, immer noch Blende 18, immer noch 30 Sekunden, damit wir dort mal eine schöne, wieder schöne Wolkenzieher reinkriegen und immer noch mit dem 14-35 4.0. Ich würde sagen, Feuer frei und dann gucken wir, was draus wird. Und da haben wir das Bild. Ich finde es klasse. Eigentlich echt cool, auch wie die Spiegelung unten von den Stühlen im Wasser zu sehen ist. Oben schön die Wolken diesmal auf mich zuziehen, nicht seitlich wegziehen. Finde ich recht cool dieses Bild und so hatte ich es mir eigentlich auch vorgestellt. Gucken wir mal, ob wir das Gras an der Seite vorne da im Vordergrund, hier in dem Bereich, mal hier in dem Bereich, Moment, ich zeige euch das mal hier in dem Bereich, das Gras, ob wir das dann mal noch wegarbeiten. Ich mache glaube ich zwei Versionen, eine mit Gras, eine ohne Gras, könnt ihr ja dann entscheiden und in die Kommentare schreiben, welche euch besser gefallen hat. Ich gehe jetzt mal noch ein Stück weiter nach hinten, suche mir noch eine andere Perspektive und werde dann den Baum, unter dem ich es natürlich aufgebaut habe, auch mal noch mit drauf nehmen. Ja Leute, ich freue mich an Ast, dass die ersten zwei Perspektiven so cool funktioniert haben. Ich habe da echt gehofft drauf, dass das heute Abend so wird und dass noch so ein Sonnenuntergang kommt. Wenn ich Glück habe, dann zieht da drüben gerade noch ein Gewitter auf und wenn ich ganz viel Glück habe, was natürlich für die Bodenseeregion momentan die Gepeinigte nicht ganz so gut wäre, Ich meine, der Bodensee kann noch ein bisschen was vertragen, ihr habt es vorhin gehört, wir sind bei 4,92, 5,12 Meter, das ist zehnjährige Hochwasser, aber gerade drüben, der östliche Bodenseebereich, Meckenbeuren und so weiter, dürfen kein Wasser mehr kriegen. Von mir aus alles hier rüber nach Sibling, Überling, gar kein Problem, aber nicht mehr nach hinten, Meckenbeuren etc. Ich habe jetzt wie gesagt noch hier die andere Perspektive, ich nehme jetzt hier nochmal einfach den Baum mit rein. Das Ufer im Vordergrund sieht nicht ganz so schön aus, aber man kann nicht alles haben, ich nehme es jetzt einfach so mit, mittlerweile sind wir kurz vor der blauen oder in der blauen Stunde angekommen Und ich muss mich jetzt beeilen, weil sonst seht ihr mich gleich nicht mehr beim Abschlussvideo und das wollen wir natürlich nicht, mein schönes Gesicht muss natürlich drauf sein, ist ja klar. So, ich lasse gerade laufen, ich fotografiere natürlich wieder mit 30 Sekunden alles wieder wie vorhin, außer die Blende, die steht jetzt bei 16, ich musste ein wenig abblenden, weil ich, ja, natürlich wird es immer dunkler. Der Verlauffilter ist noch drauf, der Polfilter ist noch drauf und deswegen Blende 16 jetzt und nicht mehr Blende 18. Ich gucke mal aufs Bild, auf der Bildschirm, was draus geworden ist. Jo, aber ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil die Wolken, ich nehme euch einfach mal wieder mit aufs Display, die Wolken ziehen schön auf den Baum zu, ihr seht das hier. Der Stuhl steht da unten drin und ganz hinten rechts, hier unten rechts, haben wir nochmal ein bisschen Sonnenuntergang. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, macht echt Laune, richtig cooles Bild. Mir gefällt es eigentlich, wir werden nachher in Lightroom noch ein bisschen den Vordergrund ein bisschen aufräumen, das eine oder andere Ast. Hätte man auch vorher ein bisschen aus dem Bild rausräumen können, ja, werden wir vielleicht noch ein bisschen rausarbeiten. Ich glaube, ich werde aber hier vorne mal noch geschwind aufräumen und werde dann nochmal ein Bild machen, damit es besser aussieht. Bis gleich. So, ich muss mir jetzt leider mit dem Handy ein bisschen das Gesicht ausleuchten, macht auch nichts, kann man ja gerne mal machen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt und mache das nächste Bild jetzt wieder im aufgeräumten Zustand. Ich glaube, das kommt dann noch besser und vor allen Dingen die Wolken, wo jetzt da gerade kommen, die ziehen nochmal richtig schön auf uns zu und deswegen feuerfrei. Ich melde mich, wenn das Bild durch ist. Ich glaube, das ist ein bisschen aufgeräumt und mache das Bild. Ja, blöd, wenn man seine Videolichter daheim vergessen hat. Man merkt, ich habe vier Wochen schon kein Video mehr gemacht, aber das Positive daran ist natürlich, ihr seht schön im Hintergrund jetzt in der blauen Stunde den Himmel und was sich da so abtut. Ich habe das Ganze jetzt hier nochmal umgebaut. Ich möchte jetzt einfach mal ohne den Baum und so weiter die Stühle und den Tisch hier fotografieren. Ich habe jetzt auch die Blumen weggelassen und habe auch mal das Bier weggelassen. Einfach nur Tisch und Stühle ohne irgendetwas. Mittlerweile musste ich auf ISO 200 hochgehen, bin aber immer noch bei einer Blende 10, einfach um die Tiefenschärfe noch etwas aufrechtzuerhalten. Und immer noch 17 Millimeter, werde vielleicht auch mal jetzt auf 20 Millimeter noch gehen und das ein oder andere Bild machen. Mal schauen, wie es mir gefällt und wie ich gerade Bock habe. Ich zeige euch die Bilder, die dabei rausgekommen sind, jetzt. Mal schauen, wie es mir gefällt und wie es mir gefällt. So, die Handyleuchte ist wieder im Einsatz, damit ihr mein schönes Gesicht natürlich wieder seht. Kleiner Spaß. Ja, ich bin mit den Bildern heute Abend tierisch zufrieden. Ich werde da hinten nachher mal kurz noch, da hinten ist im Wasser noch eine Sonnenuhr aufgebaut. Die werde ich jetzt gleich auch noch fotografieren gehen, aber ich glaube, dahin brauche ich euch nicht mehr mitnehmen und nochmal palabern und erklären und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, was ich zeigen wollte, was ich machen wollte. Das war mir wichtig, das wollte ich euch zeigen. Dieses Video wollte ich heute machen, das habe ich gemacht. Und ich bin mit den Bildern, die ich machen konnte, heute Abend mehr als nur zufrieden, wenn ich überlege, dass eigentlich angesagt war, dass 100% Wolken sein sollen heute Abend und noch Mordsgewitter und Regen und Hasch nicht gesehen. Also von dem her bin ich echt zufrieden mit dem Sonnenuntergang und den Bildern, die ich machen konnte. Außerdem muss ich auch noch ein wenig aufräumen, den Tisch und die Stühle wieder wegräumen. Wir haben schon 10 Uhr, morgen ist wieder Arbeiten und ich muss natürlich noch mit der Annäher laufen. Also ja, mit meinem Hund, genau. Ich mache da drüben noch ein Bild, blende es natürlich nach dem Abspann oder jetzt zum, nach dem hier, nach dem hier. Ihr wisst schon, nach dem hier blende ich das wieder ein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wann immer ihr das Video schaut. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei sein werdet. Und ja, seid mal gespannt. Ich habe vor allen Dingen auch in den vier Wochen nicht nur Pause gemacht, sondern ich habe da auch ein Video gedreht. Das Video geht jetzt nächste Woche in die Genehmigung. Ich kann noch nicht verraten, was es ist. Ich habe auf jeden Fall ein Video gedreht und das muss, wie gesagt, erst genehmigt werden. Ich habe auf jeden Fall eine neue Idee für ein Video, das einmal im Monat erscheint. Ja, und ein bisschen meine Heimat besser zeigt und einfacher oder anders zeigt wie bisher. In dem Fall bleibt auf jeden Fall weiter dran. Und dann, ach ja, was ich noch vergessen habe, wenn euch der Quatsch hier gefallen hat, dann lasst es doch einen Daumen nach oben da. Haut es mal einen Kommentar unten drunter, welches dieser Bilder euch am besten gefallen hat oder welches auch nicht. Durft ihr auch gerne drunter schreiben. Und wenn mein hübsches Gesicht und mein blödes Palabon euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr mir beim nächsten Mal auch wieder beim Palabon zuhören wollt. In dem Fall, macht's gut, schönen Abend, ciao. Euer Dennis vom Bodensee. Euer Dennis vom Bodensee. Untertitelung des ZDF, 2020